Hallo Leute, heute in Elektro-Training in 5 Minuten, Übertragungsfunktion einer Regelstrecke, und zwar dieser Regelstrecke hier. Wir haben hier die Übertragungsfunktion definiert aus Ausgang zu Eingang. Ja, und jetzt wollen wir die Übertragungsfunktion aufstellen. Und wie funktioniert sowas? Wir beginnen mit dem Ausgang. Schreiben den Ausgang hin, x ist gleich. Und so als kleinen Tipp noch, würde ich nach jeder Summationszeichen hier so eine Hilfsvariable hinmachen. Ich habe sie mal rot, hier b und y, kann man wählen, wie man will. Aber das macht die Rechnung einfacher. So, dann setzen wir ein, x ist gleich, hier dieses PT1-System, das ist 4 durch 1 plus 2s mal b. So, dann geht es weiter mit b. b ist u minus 3 mal y. So, die Kreißfrage, was ist jetzt unser y? y ist hier einmal u durch s, also der Integrierer ist 1 durch s mal u, und hier minus x. Gut, so, jetzt setzen wir hier dieses y hier in dieses 3 mal y, dann halten wir b ist u minus 3u durch s minus 3x, und zwar plus hier. Ich hoffe, der Schritt war nicht zu schnell. So, jetzt haben wir hier u minus 3u durch s. u kann ich ja wieder schreiben, weil brauche ich den gleichen Nenner, also erweitern mit s, kürzen mit s, und dann habe ich hier 3u durch s. Kann ich jetzt auf einen Bruchstrich schreiben. Also ein s kommt dann weg, und dann habe ich das hier. Und dann kann ich hier ein u ausklammern, dann habe ich u ist s minus 3 durch s. Kann ich jetzt hier wieder hinschreiben. Also b ist dann somit u mal s minus 3 durch s plus 3x. So, haben wir es jetzt soweit. Kann ich jetzt hier schon wieder weg machen. So, jetzt muss ich dieses b hier oben einsetzen. Also, dann habe ich hier x ist gleich 4 durch 1 plus 2s mal u, natürlich jetzt das, s minus 3 durch s plus 3x. Und natürlich das alles in Klammern. Ja, im nächsten Schritt multipliziere ich das 4 durch 1 plus 2s hinein. Dafür gehe ich in die neue Seite. x ist gleich somit 4u s minus 3 durch 1 plus 2s. x mal s, natürlich hier, plus 12x durch 1 plus 2s. So, haben wir es hier soweit. Ja, jetzt muss ich schauen, jetzt habe ich hier ein x, hier ein x, die muss ich jetzt zusammenpacken. Also, hier das Zeug auf die andere Seite. Dann habe ich x minus 12x durch 1 plus 2s. Ist gleich 4u s minus 3, 1 plus 2s mal s. So, jetzt ist hier x, hier x, jetzt kann ich x ausklammern. Dann habe ich x ist 1 minus 12 durch 1 plus 2s. Ist gleich 4u s minus 3 durch 1 plus 2s mal s. So, jetzt kann ich das hier noch auf einen Nenner bringen. Kann er schreiben, 1 ist ja 1 plus 2s durch 1 plus 2s. Und hier, wenn ich dann habe, minus 12 durch 1 plus 2s, kann ich das wieder auf einen Nenner schreiben. So, und dann kann ich 1 minus 12 rechnen. Das ist dann minus 11 durch 1 plus 2s. Das ist keine Nebenrechnung. Dann habe ich dann 2s minus 11 durch 1 plus 2s. Das ist gleich 4u s minus 3 durch 1 plus 2s mal s. So, die Klammern hier brauche ich eigentlich gar nicht. So, und jetzt, bevor ich hier das Zeug wieder auf die andere Seite hole, sehe ich, okay, hier habe ich 1 plus 2s, kann ich kürzen. Hier habe ich 1 plus 2s, kann ich kürzen. Super, jetzt brauche ich nur noch 2s minus 11 auf die andere Seite. Habe dann x ist 4u s minus 3 durch 2s minus 11. Ja, jetzt kann ich hier unten noch die 2 rausziehen. 4u s minus 3 durch 2s minus 6, äh, nicht 6,5, sondern 5,5. Jetzt habe ich 4 und 2, kann ich somit noch kürzen. Wird hier zu einer 2. Und dann kann ich hier im nächsten Schritt, machen wir mal hier, 2s minus 3 durch s minus 5,5 mal u schreiben und das ist unser x. So, jetzt haben wir es. Ja, ist ein langer Schritt bis dahin, aber so funktioniert es. Jetzt habt ihr die Übertragungsfunktion von diesem komplizierten Dreck. Nähe ich ihn jetzt einfach mal. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.